Die Rekordinflation von 7,3% im März hat viele aufgeschreckt, auch die EZB. Die Europäische Zentralbank trifft sich heute und berät über eine mögliche Anhebung des Leitzinses. Skeptiker sagen, dass es dafür bereits zu spät sei, weil die Wirtschaft stagniere. Wir blicken mal auf die Frage, welche Auswirkungen eine Leitzinserhöhung für uns als Verbraucher hätte. Wer derzeit ein Haus baut oder eine Immobilie kauft, erlebt eine Überraschung. Seit Beginn dieses Jahres haben sich die Zinsen für Kredite verdoppelt. Sollte die EZB jetzt die Leitzinsen erhöhen, wird sich dieser Trend noch verstärken. Auf alle Fälle verlieren all jene, die sich Geld leihen wollen, denn Kredite werden auf mittlere bis lange Sicht auf alle Fälle teurer werden. Und natürlich auch jene, die mit Immobilien handeln, die Immobilien verkaufen. Denn höhere Zinsen dürften auch auf die Immobilienpreise drücken. Bislang zeigte sich die EZB sehr zögerlich. Die obersten Währungshüter wollten die Politik des billigen Geldes nicht zügig beenden. Die hohe Inflation zwingt sie jetzt wohl zum Handeln. Wenn die EZB jetzt die Zinsen erhöht, dann wird sie uns höchstwahrscheinlich auch in eine Rezession bringen. Was natürlich auch Arbeitslosigkeit zur Folge haben könnte. Und da wird sie sehr behutsam vorgehen und möglicherweise auch erst nochmal ein paar Wochen abwarten wollen. Auf der Gewinnerseite könnten eigentlich die Sparer stehen. Denn bislang bekommen diese kaum eine Verzinsung für ihr Geld. Aber bei genauerer Betrachtung stehen auch die Sparer wohl auf der Seite der Verlierer. Wenn die Inflation bei 6 Prozent liegt und die Zinsen, die man bekommt, bei einem Prozent, dann hat man immer noch minus 5 Prozent. Egal wie die EZB heute entscheidet, am Ende wird wohl niemand zufrieden sein. Klaus-Reine-Jakisch, heute ist ja die Sitzung der EZB. Womit wird denn gerechnet? Es wird damit gerechnet, dass die EZB heute noch keine Zinserhöhung vornimmt, aber eine solche vorbereiten wird und die Finanzmärkte und die Verbraucherinnen und Verbraucher darauf entsprechend tatsächlich einstimmen wird. Die Finanzmärkte gehen davon aus, dass es dann in der nächsten Sitzung, das ist die dann im Juni, Anfang Juni, dass es dann zu einer Zinserhöhung kommt von vermutlich 0,25 Prozentpunkten und im Laufe des Jahres zu einer zweiten Zinserhöhung kommt, sodass vermutlich am Ende des Jahres dann tatsächlich die Zinswende vollzogen worden ist und wir vermutlich etwa 0,5 Prozent bei den Leitzinsen plus haben und die Negativzinsen abgeschafft worden sind. Damit das Ganze tatsächlich passieren kann, muss die Europäische Zentralbank zunächst ihr Anleihkaufprogramm einstellen. Das war immer die Vorbedingung, seit Jahren hat sie das immer wieder gesagt und deshalb muss man davon ausgehen, dass auf der heutigen Sitzung entsprechend die Konditionen noch einmal dargestellt werden, zu denen das dann auch erfolgen soll, dass die Anleihkäufe auslaufen sollen, wurde bereits auf der letzten Sitzung beschlossen und verkündet, aber die genauen Daten sind noch nicht da. Also das ist im Moment das Szenario, das sich im Moment hier abzeichnet. Wäre die Anhebung des Leitzinses denn die Lösung aktuell? Also es würde zumindest helfen, die hohe Inflation etwas einzudämmen. Sie beträgt im Moment im Euroraum 7,5 Prozent und nach der deutschen Berechnung 7,3 Prozent in Deutschland. Beides sind Rekordwerte. Die 7,5 Prozent in der Eurozone ist der höchste Wert seit der Einführung des Euros. Und insgesamt ist der Wert fast viermal so hoch wie die 2 Prozent, die eigentlich angestrebt werden. Das heißt schon allein aufgrund dieser Prämissen muss die EZB eigentlich handeln. Sie wird sicherlich teilweise die Inflation etwas dämpfen können. Man muss aber jetzt sich auch keine großen Wunder erwarten, denn die Inflation ist mittlerweile so hoch und so hartnäckig, dass eben nun auch ein moderater Zinsschritt hier jetzt nicht plötzlich alles wieder zum Guten führen kann. Außerdem hat die EZB zu lange gewartet, um zu handeln, sagen jedenfalls viele Kritiker. Und dementsprechend hat es einen dämpfenden Effekt, den wird es sicherlich haben. Aber es wird jetzt auch nicht die Inflation völlig abbremsen. Wenn wir auf die Kritik schauen, warum war denn die EZB so zögerlich? Nun die EZB hat sich immer große Sorgen gemacht, wie es gerade im Film schon anklingen, dass man möglicherweise die Konjunktur abwürgen kann. Außerdem gab es ja in den letzten Monaten immer wieder neue Probleme. Der jüngste ist der Ukraine-Krieg, davor die Coronavirus-Pandemie, die natürlich alle sehr massive negative Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft hatten. Und diese wollte man natürlich abfedern, indem man zumindest die Finanzierungskonditionen eben sehr günstig hält für die Unternehmen, damit sie trotz der Probleme weiter investieren, weiter produzieren und damit die Konjunktur halten können. Im Moment allerdings ist die Situation, dass die Unternehmen nicht so stark darunter leiden, dass die Konditionen, die Finanzierungskonditionen problematisch sind. Sie leiden im Moment eher darunter, dass die Rohstoffpreise so hoch sind. Teilweise sind Rohstoffe nicht zu erhalten, deshalb teilweise sind die Preise so hoch, dass die weitergegeben werden müssen, was die Unternehmen nun auch nicht unbedingt immer tun möchten, weil sie damit letztendlich ihre eigene Produktion zum Teil eben auch einschränken oder abwürgen. Das heißt, die Unternehmen sind durchaus einer Zinserhöhung auch positiv gestimmt, im Vergleich etwa zum Anfang der Coronavirus-Pandemie. Und auch viele Verbände haben sich entsprechend geäußert. Also es gibt schon einen breiten Konsens, dass man hier für eine Zinserhöhung, eine Zinswende ist, auch wenn es natürlich insgesamt einen leicht dämpfenden Effekt auf die Wirtschaft hatte. Aber der dürfte nicht so gravierend sein wie die anderen Krisen. Die EZB lag bei den Prognosen in letzter Zeit oft daneben. Stellt das die Glaubwürdigkeit der EZB in Frage? Also zu einem gewissen Grad sicher Licht. Tatsächlich ist die EZB nicht besonders glücklich mit ihren Prognosen, traditionell nicht. Sie hat in den letzten Monaten immer wieder so getan, als ob die hohe Inflation nur ein vorübergehendes Phänomen sei und hat das mit ihren entsprechenden Prognosen auch immer wieder zu versucht zu untermauern. Aber meistens waren die dann schon Makulatur, als sie veröffentlicht worden sind. Insgesamt muss man sagen, dass die EZB wohl die Inflationsentwicklung unterschätzt hat, auch ihre Massivität und Hartnäckigkeit unterschätzt hat und dementsprechend im Vergleich zu anderen westlichen Notenbanken auch hinterherhinkt. Die haben ja letztendlich alle bereits die Zinswende eingeleitet, insbesondere die angelsächsischen Notenbanken. Und die EZB tut sich traditionell etwas schwer, weil sie eben nicht nur auf die Inflation schaut, was eigentlich ihr Hauptauftrag ist, sondern eben auch immer auf die südeuropäischen Staaten, die eben große Probleme bei der Finanzierung haben, wenn die Zinsen wieder steigen. Und diese Waage muss man irgendwie ausbalancieren aus Sicht der EZB. Und dementsprechend tut sie sich immer sehr schwer und ist immer sehr zögerlich und sehr zauderlich. Was bedeutet denn nun diese Geldpolitik für die Verbraucherinnen und Verbraucher? Also sie bedeutet natürlich auf der einen Seite erstmal positiv, dass es tatsächlich zumindest einen leichten dämpfenden Effekt auf die Inflationen geben dürfte. Das heißt, die Verbraucherpreise dann sicherlich weiter auf hohem Niveau bleiben, aber zumindestens hoffentlich und jedenfalls, wenn es nicht schon zu spät ist, zumindestens dann in ihrer Entwicklung gedämpft werden und nicht noch weiter steigen. Allerdings muss für die Unternehmen, ist es wie gesagt positiv, für die Verbraucher auch in dahin positiv, als dass es dann langfristig natürlich auch wieder Zinsen auf Einlagen gibt. Negativ, wir haben es gerade auch bereits im Film gesehen, ist es natürlich, dass wenn jemand ein Haus bauen oder kaufen möchte, natürlich jetzt deutlich höhere Kosten hat für die Finanzierung. Auch Ratenkredite sind deutlich schon angezogen. Also die Finanzierung und die Verschuldung wird deutlich teurer. Und das ist natürlich für alle die, die das vorhaben, dann eher negativ. Klaus-Reiner, Jackesch in Frankfurt. Dankeschön.